Offiziell besteht das Ziel dieser Mission darin, die malischen Truppen, das malische Militär, in die Lage zu versetzen, mit seinen Problemen in Mali selbst fertig zu werden. Das heißt insbesondere mit Terroristen oder was man dafür hält, fertig zu werden, insbesondere was den Norden Malis angeht. Man muss wissen, dass das malische Militär, wie viele andere afrikanische Streitkräfte, kaum in der Lage ist, das eigene Land zu sichern, also Sicherheit herzustellen im eigenen Territorium, sodass es auf der Hand liegt, hier mit Ausbildungshilfen, mit Trainingsprogrammen dem Land oder dem Militär zur Seite zu springen. Man muss übrigens auch wissen, dass nicht nur Frankreich oder nicht nur die EU so eine Ausbildungsmission macht, sondern dass auch die USA zugange sind und zwar im Nachbarland Mauretanien, wo sie ein Trainingsprogramm durchführen, auch mit malischen Militärs, aber auch mit Militärs von anderen benachbarten afrikanischen Staaten. Das ist die offizielle Lesart. Man muss natürlich auch sehen, dass es eine inoffizielle Lesart gibt, die sich von dieser Mission doch erheblich unterscheidet. Und die inoffizielle Lesart geht in Richtung auf Re-Kolonialisierung im Interesse Frankreichs. Frankreich hat in Frank-Afrique immer seine Hände im Spiel gehabt, nachdem also der Kolonialismus überbunden schien. Mali ist 1960 unabhängig geworden. Frankreich hat aber nie aufgehört, sozusagen seinen Einfluss in den ehemaligen französischen Kolonialgebieten auszuüben. Und es scheint so, dass also Hollande, der sozialistische Präsident Frankreichs, in Bezug auf Mali eine ähnliche Wiedereroberungspolitik oder Einflusspolitik betreibt, wie es Sarkozy vor zwei Jahren gegenüber Libyen angezettelt hat mit seiner Aggression gegen Gaddafi, den er kurz vorher noch sozusagen in Paris empfangen hatte. Ja, Sie sagen gerade, also bis 1960 war Mali ja die französische Kolonie. Und da hat Frankreich offensichtlich, oder das wäre die inoffizielle Lesart, ein Interesse daran, eben jetzt wieder in Mali präsent zu sein. Was erhofft sich denn Frankreich da langfristig eben von diesem Engagement in Mali? Nun ja, Afrika oder die Sahelzone, die sich ja sozusagen von Mauretanien bis hinüber an die Ostküste nach Somalia zieht, ist ja keine uninteressante Zone und das Subsahara-Gebiet auch nicht. Hier gibt es doch beträchtliche Mineralien, beträchtliche Gasvorkommen, beträchtliche Ölvorkommen. Denken Sie nur an den Sudan, denken Sie an Chad, wo auch eine Erdöl-Gasleitung durchführt. Oder denken Sie auch an die Uranvorkommen etwa in Niger. Und genau darum geht es, nicht nur um Uran, aber vor allem auch um Uran, die Uranförderung in Niger, die in der Hand eines französischen Konzerns ist. Und all das scheint ja oder schien bedroht zu sein dadurch, dass beispielsweise in Mali sich die Tuareg im Norden des Landes durchgesetzt hatten. Die kämpfen ja dort für einen unabhängigen Staat, den sie Assavat nennen. Ein unabhängiger Staat oder ein Autonomiestatus mindestens, der ihnen 1960 bei der Entkolonialisierung verweigert blieb. Schon damals bestand ja die Absicht, einen unabhängigen Staat der Tuareg, übrigens einer sehr weltlich laizistisch orientierten Bevölkerung zu errichten. Aber das haben damals die Franzosen eben sozusagen im Entkolonialisierungsprozess Mali verweigert. Sodass also dieser große Staat, der ja von der Fläche so groß ist wie größer als Spanien und Frankreich zusammengenommen ist, dieser große malische Staat zusammengezimmert wurde in den alten Kolonialgrenzen. Das heißt, wir haben von Seiten der Tuareg das Bedürfnis, hier mehr Autonomie zu haben. Und wir haben von Seiten Frankreichs das Bedürfnis oder das Interesse, diesen Staat zusammenzuhalten, um die französische Kontrolle über diese ehemalige Kolonie wieder zu erinnern. Das ist der Kern, glaube ich, der Politik von Hollande. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich, die inszeniert sich ja eben damit so als Retter in der Not, könnte man sagen. Dabei haben sie eben während ihrer kolonialen Herrschaft die gesellschaftlichen und politischen Strukturen maßgeblich auch mitgestaltet damals. Inwiefern ist denn Frankreich unter diesen Vorzeichen überhaupt in der Lage, die Situation positiv zu beeinflussen? Beziehungsweise was ist denn da absehbar, wenn die Interessen da aufeinandertreffen, wie sich da auch die malische Regierung, aber auch die Bevölkerung dahin entwickeln wird oder dahin tendiert? Also Sie haben das schon ganz richtig gesagt. Das Erbe des Kolonialismus, übrigens nicht nur des französischen Kolonialismus, aber vielleicht insbesondere des französischen Kolonialismus, Das Erbe dieser Kolonialzeit besteht auch in durch und durch korrupten Regimen dieser Länder, dieser ehemaligen Kolonien, in einer Verfilzung von Militär und Ökonomie, teilweise im Zusammenhang auch mit der ehemaligen Kolonialmacht oder mit französischen Einflüssen, die dort natürlich noch vorherrschend sind. Das ist ja in britischen Kolonialgebieten nicht viel anders. Das heißt also, das Erbe ist so, dass Demokratie oder was dafür gehalten wird, auch formale Demokratie in diesen Ländern kaum zum Tragen kommt. Abgesehen davon, dass es eben mit Wahlen, mit demokratischen Wahlen nicht getan ist, sondern eine Gesellschaft muss ja demokratisch sein und sie muss sozusagen nach demokratischen Gesichtspunkten vorgehen. Und Mali ist ein gutes Beispiel dafür. Wir haben mitten in der hegemonialen Politik, die die Tuareg im Norden Malis gespielt haben, vor einem Jahr haben wir im Süden Malis einen Putsch gehabt, wo der demokratisch gewählte Präsident weggeputscht wurde von dem Militär. Das Militär, das dem ehemaligen weggeputschten Präsidenten vorgeworfen hat, er hätte nicht genug getan für die Einheit des Landes. Und dieses Militär ist selbst nicht in der Lage gewesen, irgendetwas für die Einheit des Landes zu tun. Deswegen war es dann schließlich Ende des Jahres und jetzt im Januar, Februar froh, dass Frankreich mit seinem Militär ausgeholfen hat, immerhin mit 4000 Soldaten. Und Deutschland in seiner Bündnisverpflichtung oder in seiner vermeintlichen Bündnissolidarität springt nun den Franzosen bei. Und zwar muss man auch ganz klar unterscheiden, nicht nur mit einer Ausbildungsmission, wo 180 Bundeswehrsoldaten abgestellt werden, die seit gestern ihre Arbeit aufgenommen haben, sondern auch mit einer direkten Unterstützung der Luftwaffe, der französischen Luftwaffe. Das ist ein zweites Mandat, das die Bundeswehr hat. Und dieses Mandat ist also mindestens ebenso gefährlich, weil damit die Bundeswehr in Mali zur Kriegspartei wird. Was Sie gerade schon genannt haben, dass die malische Armee eben schon damals gezeigt hat, dass sie nicht stark genug wäre und so. Kritische Stimmen werfen ja der malischen Armee auch Menschenrechtsverbrechen vor, ohne dass die Verantwortlichen eben zur Rechenschaft gezogen werden. Inwiefern zeigten sich da die malische Armee für Umstrukturierungen und Menschenrechtslehre, bei der es ja auch bei dieser EU-Ausbildermission gehen soll, überhaupt dafür bereit? Also ich glaube, dass es der EU-Ausbildungsmission gar nicht darum geht, die malische Armee zu einer Armee zu machen, die die Menschenrechte achtet. Sondern diese Ausbildungsmission dient in erster Linie dazu, die malische Armee schlagkräftiger zu machen. Jetzt im reinen militärischen Sinn, da geht es nicht um Menschenrechte, da geht es auch nicht um irgendwelche demokratische Strukturen, abgesehen davon, dass man beim Militär ohnehin vorsichtig sein muss mit dem Begriff der Demokratie, weil das ist ja eine Institution, die aus Befehl und Gehorsam besteht und nicht aus demokratischen Abstimmungen. Also es geht darum, diese Armee schlagkräftiger zu machen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der häufig übersehen wird, besteht darin, dass die EU, und das steht so in der Missionsbeschreibung der EUTM, also dieser Trainingsmission der Europäischen Union, dass die malische Armee mit neuen Waffen und mit neuer Ausrüstung ausgerüstet werden soll. Und es steht dort in dem Gipfeldokument der Europäischen Union, heißt es, zur schnellen Lieferung geeigneter militärischer Ausrüstung soll diese Mission dienen. Das heißt, auch die europäische Rüstungsindustrie kann sich die Hände reiben, weil es hier darum geht, Waffen und Ausrüstung ins Land zu bringen und die zu bezahlen, letztendlich mit unseren Geldern oder mit einer stärkeren Verschuldung der malischen Regierung. Das sind die Ziele. Und von Menschenrechten ist nirgendwo die Rede, es sei denn in den Sonntagspredigten, wollte ich schon sagen, von Hollande, der, als er angetreten ist als Präsident in Frankreich, gesagt hat, er möchte die Afrikapolitik auf eine neue Basis stellen, auf eine moralische Basis. Aber diesen Anspruch hat er natürlich schon längst verspielt. Herr Stutinski, vielleicht eine abschließende Frage. Wenn Sie einen Ausblick wagen würden, was glauben Sie, wie wird sich die Situation in Mali jetzt weiterentwickeln? In einem hat Bundesverteidigungsminister de Maizière vollkommen recht, als er im Bundestag, als über Mali, über diese Mission gesprochen wurde, gesagt hat, das ist eine Langfristaufgabe. Das wird nicht von einem Monat auf den anderen gelöst werden, sondern die Bundeswehr wird da möglicherweise in eine längere Mission geschickt. Und genau das ist wahrscheinlich auch die Perspektive. Wenn man sich die Berichte jetzt ansieht, zwei Monate nachdem Frankreich dort diesen Krieg begonnen hat, dann ist überall davon die Rede, Ich finde, dass es zwar militärische Erfolge für die französischen Streitkräfte gibt, insbesondere im Norden, wo einige Städte befreit worden sind, also Timbuktu oder Gao oder Kidal oder Mubti, aber dass das noch lange nicht heißt, und da lässt Afghanistan grüßen, dass das noch lange nicht heißt, dass damit dieser Krieg beendet ist. Auch in Afghanistan hatten wir einen relativ schnellen Sieg, einen militärischen Sieg der Allianz Ende 2001, Anfang 2002. Und der Krieg begann aber dann erst 2003, 2004 richtig und ist bis heute nicht beendet. Und ich denke, dass auch in Mali, in den ganzen nördlichen Regionen, in diesem riesigen Land, in diesem Wüstenland und mit vielen Bergen, mit vielen Schlupflöchern, mit vielen Bastionen, auch übrigens von Al-Qaida-Ablegern, es ist ja nicht so, dass da nur Tuareg kämpfen würden, dass also in diesem großen Gebiet von einem kurzfristigen militärischen Sieg zwar die Rede, aber von einem langfristigen Erfolg des Militärs überhaupt nicht die Rede sein kann. Das heißt also, diese Konflikte werden weitergehen. Auch deutsche Soldaten werden möglicherweise in größerer Anzahl künftig in Mali, vielleicht auch in angrenzenden Ländern, weil dieser Konflikt wird sich ausbreiten. Der bleibt nicht auf Mali beschränkt. Der wird nach Algerien, der wird nach Mauretanien, der wird in den Tschad, der wird nach Niger und in anderen Ländern sich ausbreiten, dass also auch Bundeswehr und andere europäische Staaten, vielleicht sogar auch die Vereinigten Staaten von Amerika, in diesen Konflikt stärker eingreifen werden und wir dort einen Dauerbrandherd haben werden. Vielen Dank. Vielen Dank.